Ich möchte dir sagen, dass diese Tour kommt weiter oder machen wir weiter im Oktober, November. Diese Liebe bleibt. Wir machen 80 Konzerte in sechs verschiedenen Ländern und ich werde dich begrüßen, wenn du Lust hast, meine Konzerte zu besuchen. Ich kann dich etwas garantieren, dass du und deine Familie viel Spaß mit meiner Show. Ich habe sechs Mexikaner, original aus Mexiko. Ich habe drei Tanzpaare aus meiner Argentinien, eine Bolliadoras. Das ist ein Spielmann, etwas mit einer Leine und eine... Du musst selber kommen und selber sein. Ich glaube, das wird dir eine große Freude, wenn du dabei bist. Was ist das für mich? Was ist das für mich?